Die Eltern natürlich auch heute dabei, Mutter Elvira und Vater Karl-Heinz, sie sind einfach stolz auf ihren Sohn, sind bescheidene Menschen geblieben. Frau Fabra, das gewohnte Bild, Mike de Parma, der Trainer neben mir, macht einen sehr angespannten Eindruck, dass wir das Aske geben, also nach den ersten drei Punkten ein hervorragender Start von Becker, vollkommen korrekt, die Entscheidung war sogar noch im Aufschlagfeld drin. Die Semperes hat den Ball nicht ein einziges Mal gerührt, außer beim Aufschlag. Also, das geht ja hier gleich gut los.